In diesem Video werde ich einfach mein Scooter-Deck mit Kunstrasen bekleben und wir werden ein krasses Scooter-Tricks damit machen. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zum Baumarkt. Glaubst du, da gibt es überhaupt Kunstrasen? Kunstrasen? Ja, safe. Wir gehen jetzt zum Baumarkt, hol jetzt den Kunstrasen und mal schauen, ob die es haben. Ich hoffe jetzt einfach nur. Für 5 Euro einfach Kunstrasen bekommen. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich halten wird auf dem Deck. Aber wir werden es natürlich auswählen. Also let's go! Also, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt dieses Stück 2 Meter Kunstrasen. Oh, Alter, richtig schon am Surfen, ja, Alex. Geil. Nein, wir machen Yoga. Okay, dann machen wir eben Yoga. Aber nein, du, da bist du jetzt mal. Wir machen kein Yoga, weil wir machen heute einfach diesen Rasen einfach auf mein Deck. Und das wird, glaube ich, richtig witzig aussehen. Ich bin mal sehr gespannt darauf. Wir müssen es als erstes richtig zuschneiden. Und ich glaube, Nick, der holt gerade schon ein Cutter-Messer. Das ist auf jeden Fall eher an Nick, aber das wird sehr, sehr witzig sein, oder? Ja, auf jeden. Also ich bin sehr gespannt. Also ich habe Bock, das Ding zu testen. Wir werden, denke ich mal, abrutschen. Also kommt natürlich drauf an. Nick, danke dir, dass du da auf jeden Fall das Cutter-Messer mitgebracht hast. Wir müssen euch jetzt irgendwie auf mein Deck irgendwie befestigen. Wir haben ein paar Trises, ich glaube, 2, 3 oder so. Das wird so geil, ey, wenn das passt perfekt. Nee, so müssen wir es nicht machen. Das ganze Deck, wir müssen auch hinten. Achso, du bist das komplett. Ja, unten natürlich. Das sieht dann viel geiler aus. Alex, du weißt, was du machst, ja? Du bist professioneller Kunstrasenschneider. Ja, das auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Also ich bin mal sehr gespannt drauf. Aber Leute, während wir das hier machen, könnt ihr auf jeden Fall mal im Kira-Shop auf jeden Fall mal die neuen Artikel angucken. Und zwar die Armbänder und die neuen Kurse. Schaut ihr auf jeden Fall an. Vom Anfänger bis ein Profi kriegt ein richtig krasses Cutter-Trick-Fern. Erster Link in der Videobeschreibung. Aber jetzt heißt es erstmal weitermachen. Oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt erstmal zwei Minuten gefüllt, nur an diesem Ding rumgeschraubt. Und das sieht schon... Das sieht schon so geil aus, Alter. Oh mein Gott. Also wir müssen das nochmal rechts und links besser zusammen schneiden. Also guckt euch einfach mal... Das war jetzt irgendwie falsch. Okay, wir müssen es auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen festbinden. Aber bis jetzt sieht das richtig krass aus. Sagen, legt mal kurz drauf. So ASMR-mäßig. Boah, Alter. Das sieht schon fett. Geil aus, Alter. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal Tricks machen. Nick wird uns Tricks coinen mit diesem Roller. Jetzt bin ich mal sehr gespannt darauf, wie das sich fahren lässt. Und Leute, wenn ihr es selber machen wollt, könnt ihr gerne machen. Kunstrasen 5 Euro. Es ist sehr witzig. Also bis jetzt sieht der Roller so aus. Und ich finde auf jeden Fall, der sieht wirklich verdammt gut aus. Jetzt müssen wir es nur noch befestigen, weil ihr sehen könnt, wenn ich das Video mache... Oh mein Gott, fühlt sich das komisch an. No. Jetzt ist es natürlich ab. Und das ist natürlich ärgerlich. Ich will auf jeden Fall mal gleich barfuß drauf. Ich glaube, das ist ein geiles Gefühl da drauf. Einfach mit einem richtig weichen Scooter-Sack zu fahren. Aber jetzt müssen wir, weil ich ja gesagt habe, dass wir es rankleben müssen, habe ich hier nochmal ein Seil besorgt. Dieses Seil müssen wir auf jeden Fall irgendwie um das Deck rum bekommen. Das sieht dann nicht mehr so cool aus. Aber da können wir nicht gegen machen, weil irgendwie muss es befestigt werden. Aber jetzt heißt es erstmal, dieses Scooter-Grip-Tape vom Kunstrasen einfach mal drauf machen. Let's go. Nick, jetzt mal ehrlich, wie findest du es von 1 bis 10? Also ich finde es schon sehr, sehr schön. Ja, es sieht krass aus, oder? Also ich würde es gerne fahren, wenn es auch wie Grip-Tape funktionieren will. Weil ich finde, das sieht irgendwie geil aus. Das hat was. Das hat nicht jeder Rolle. Aber ich finde Kunstrasen sieht einfach... Also wir werden das auf jeden Fall jetzt befestigen. Also ich habe das so gedacht, dadurch, dass wir nur Seil haben. Machen wir hier Löcher rein. Einmal hier ein Loch, einmal hier ein Loch. Und dann binden wir das einmal so. Das ist halt... Alex, jetzt mal ehrlich, du hast wirklich irgendwann mal für irgendeine Kunstrasen-Marke gearbeitet, oder? Aber sowas von. Also wir haben jetzt einen Plan. Jetzt müssen es nur noch umgesetzt werden. Und dann heißt es, Nick, du musst uns dann Scooter-Tricks coinen. Let's go. So sieht das fertige Ergebnis aus. Wir haben jetzt den Scooter komplett mit Kunstrasen vollgeklebt, sage ich mal. Also wir haben es befestigt. Es sieht natürlich mit der Schleife jetzt nicht das Allerbeste aus. Aber natürlich kann man nichts daran ändern, weil besser geht es nicht. Ich wollte mein Deck natürlich jetzt nicht komplett zerstören für das Video. So sieht das aus. Das Deck... Oh, du hast das Mikro getroffen. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall jetzt sehr, sehr Bock. Alex, wir beide, wir machen jetzt Tricks, ne? Ich habe schon Bock, ne? Ich bin auch sehr gespannt, wie es sich überhaupt fahren lässt. Ich will eigentlich mal kurz eine Runde hier so fahren. Also es fühlt sich ja jetzt schon... Ding, das grippt sogar richtig gut. Ich hatte nur ein bisschen Bedenken, dass es halt so rechts oder links so ein bisschen abbrechen wird und halt kaputt gehen wird. Aber jetzt muss es erstmal Nick kommen. Und dann machen wir ein paar Tricks. Alex, ich habe sehr Bock. Und wir fangen auch eklig an mit Bright-Hips, Keglis, alles drum und dran. Das ganze Programm machen wir. Du darfst den ersten Trick machen, wenn du willst. Oh, ja. Sehr, sehr geil. Ich bin eigentlich, es ist eine Ehre anzufangen mit dem Roller. Ja. Ich will dafür, dass ich Schere, Stein, Papier mache. Schere, Stein, Papier? Nein, ich bin ganz ehrlich, Alex hat die meiste Arbeit gemacht. Deswegen, Alex darf anfangen. Du darfst aber jetzt erstmal einen Trick machen. Und zwar, Nick, du kreuzst den Trick. Was will er machen? Wir müssen ja erstmal gucken, wie gut das überhaupt hält. Ich habe gerade einen Tailwood Black gemacht. Es geht, es geht. Es geht. Also wenn man jetzt so, sage ich mal, ja, okay. Hinten ist es ein bisschen loser, aber dadurch, dass Grip-Tape da noch drunter ist, hält das nochmal. Also, das hat noch eine Haftung, sagen wir mal so. Nick, let's go. Was hältst du von einem Trip über Resi? Ja, das kann ich auch. Oh mein Gott, wir fangen natürlich an, wahrscheinlich. Okay, Alex ist jetzt am Start. Trip einfach hier rüber. Nee, ihm war Triple Whip natürlich zu wenig. Da haben wir einen Quad Whip gezogen. Ähm, du hast da was irgendwie im Ohr hängen. Auf jeden Fall. Geht das? Ja, das geht auf jeden Fall. Weil dein Roller ist ungewohnt, weil der ist so leicht. Aber krass, Alter. Ey, das sieht gut aus noch. Also bisher schon. Wenn Alex jetzt sogar schon meinen Trick überboten hat, fangen wir bei dir auch ein bisschen schwerer an. Was? Okay, was denn? Front Whip. Ein Front Whip mit dem Wing, Alter? Ey, also wenn du da abrutschst, wenn du da wirklich abrutschst, dann bist du tot. Deine Beine sind weg. Also ich glaube, das ist... Deswegen Schien tragen, Jungs. So, dann bin ich mal gespannt. Es geht! Der war sehr nice. Ich hab heute 80 ein bisschen gedreht, ne? Ja, ein bisschen. Aber auf jeden Fall, man konnte sehen, du konntest ganz gut damit... Ja, also Grip ist da. Ich mach ihn nochmal. Ich will nicht sehen. Es macht mega dolle Bock. Oh, Jungs! Ey, beim Second Team mit so einem Grip Tape. Ey, kein Hab. Front Whip mit dem... Mit dem Grip Tape, geil. Ey, das wird nicht ekelhaft. Alter, ey. War aber auch komisch zu ziehen. Ich hab gemerkt beim Front Whip, dass mein hinterer Fuß, weil ich ja Fahrschnitt mache, ein bisschen gerutscht ist. War schon gruselig, aber ey, nicht unmöglich. Ich hab ihn geschafft. Geil. Nächster Trick, Alex, du darfst machen. Wie wäre es? Wir machen mal einen Trick zusammen, Nick. Kreuz uns jetzt mal was von dem Gap in die Step-Up-Landung rein. Machen aber von der Spine einen Step-Up. Ja. Okay. Ein Kickliss. Oh. Ich glaub, das ist möglich. Mal schauen, weil du musst ja erst mit dem He-Grip anfangen. Dafür brauchst du viel Grip. Mal schauen, ob das das Grip Tape überhaupt hält. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich und bin gespannt, ob man das überhaupt schaffen kann. Oh mein Gott. Ja, okay. Heben das rein. Oh, ey. Er muss aufpassen. Er muss aufpassen mit Stolz. Weil da drunter haben wir ja die Seile und das sich natürlich nicht reißen, wenn wir mit einem Deck irgendwo drauf kommen. Deswegen machen wir auch nur diese Park-Tricks und keine Street-Tricks. Aber Kickliss, ging der klar? Ging der klar? Ja, okay. Also der ging es. Ja gut. Nein, aber ich mach auf jeden Fall jetzt auch die Kickliss nach. Ich bin sehr gespannt darauf und ich glaub, die krieg ich auch hin. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist ja todes easy. Ich muss sagen, wir müssen noch mal ein paar Tricks back upen und sag ich mal besser machen. Wir sind ja jetzt beim Kickliss, aber ich wollte jetzt was koinen, aber Nick muss uns ja koinen eigentlich. Nick, koin uns mal was. Mal gucken. Und zwar macht ihr jetzt beide den selben Trick, aber auch irgendwie nicht den selben Trick. Okay. Ihr dürft euch aussuchen, wer welchen von den beiden macht. Ja, interessant. Und zwar macht einer von euch einen Kickliss Whip und einer von euch einen Kickliss Whip. Okay. Also ich mach Kickliss Whip. Ja, okay, dann hier Kickliss Whip. Ist egal wo, ne? Da gibt auch nichts anderes übrig. Ja, ich wollte gerade sagen, ist egal wo, oder? Ich würde sagen, noch mal hier, oder? Ja, auf jeden. Habe ich Bock drauf. Safe. Oh, das Grip-Tap ist ein bisschen weggerutscht. Ich sehe es gerade hinten. Guck mal, das kommt ein bisschen hoch. Ja, okay, aber wir können das natürlich wieder rüchten. Oh mein Gott. Das Grip-Tap wollte unbedingt die Kamera mal sehen. Anfang war sie kamerascheu jetzt nicht mehr. Nein, aber das sieht sehr gut aus. Bin mal gespannt, wie lange das noch hält. Und wir müssen auch gleich mal 180-Tricks machen. Nick, da kannst du mal kurz überlegen. Ich mache jetzt erst mal den Kickliss Whip und danach machen wir ein paar 180-Tricks. Habe ich richtig Bock drauf. Oh mein Gott. Alles gut. Alles gut, wir haben sie bekommen. Aber jetzt müssen wir 180-Tricks machen. Alex, bist du bereit für 180-Tricks? Hast du Bock? Ja, ich habe auch einen. Ach, sicher. Ich vergesse, dass die ganze Zeit das Nick uns koin muss. Was sollen wir machen, Nick? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen mal ins 180-Game. Genau. Oh mein Gott, schwitze ich. Ganz viel so. Ich glaube, man konnte sogar sehen, dass hier so ein Tropfen runtergefallen ist. Freu dich, aber geil. Komm. Bride Whip. Alex? Ich mache uns beide. Bride Whip? Für euch beide. Okay, warte, nein. Ihr wollt unterschiedliche Tricks. Dann sucht euch wieder aus. Einer macht einen Bride Whip. Ja. Und der andere macht einen Whip Fronts. Okay, such du aus. Ich mache Whip Fronts gut einfach. Oh, okay, gut. Dann mache ich den Bride Whip. Let's go. Ich bin mir sicher, dass das so eklig ist zu landen. Aber Whip Fronts, für den Versuch war schon gut. Wenn man mit den Füßen drauf ist, ist es trotzdem noch rutschig. Aber nicht so rutschig, wie wenn gar kein Grip Tape ist. Deswegen gucken, ob Alex ihn hinbekommt. Aber ich glaube schon. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch mal Bock hättet, so ein Video zu machen. Schreibt safe in die Kommentare. Aber jetzt macht erst mal Alex den Whip Front. Aber ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Er tut so, als wäre nichts passiert. Perfekt. Alle guten Dinge sind drei. Safe. Oh, ich sag doch. Ey, wir haben immer recht. Alle guten Dinge sind drei. Aber, ja. Der war wieder fast gemault. Aber der war auch eigentlich ganz clean. Ja, ich fand der war auch clean. Also dafür, dass man so ein rutsches Grip Tape hat, geht das klar. Jetzt muss ich den Briot machen. Ich mach den anders. Spine auf jeden Fall. Erste Teil von Briot. Let's go. Mal gucken. Wie ist das? Oh, aber es geht auf jeden Fall. Der war jetzt nicht der schönste tatsächlich. Aber trotzdem, First Strike gemacht. Wir haben auf jeden Fall schon sehr coole Tricks. Alex, jetzt müssen wir noch einen Trick machen. Ich bin sehr bereit. Ich hab sehr Bock. Du wolltest gerade sagen, du wolltest was vorschlagen wieder. Ja. Und jedes Mal, was ist denn heute los? Okay, perfekt. Nick, hast du schon eine Idee? Ja, ich hab eine sehr, sehr gute Idee. Es sind wieder unterschiedliche Tricks. Okay. Aber diesmal dürft ihr euch die nicht aussuchen, weil ich weiß sowieso, wie es endet. Oh nein. Es war ein Nose Manual 360. Da würde es nämlich Alex sowieso machen. Ja. Okay. Ja, also mit einem kleinen Roller ist es auf jeden Fall sehr schwierig. Ja, auf jeden Fall. Also da brauchst du schon ein Shift dafür, um das zu machen. Aber egal, ja. Und von dir, wenn ich eine für Sixie Combo sehe, einfach für Sixie Whipper. Für Sixie Whipper? Wo denn? Egal wo? Das darfst du überall machen. Ach, safe. Ich glaub, ich mach die über die Raze. Hab ich Bock drauf. Ohohooo. Also da sieht man auf jeden Fall, dass das Grip Tape sehr slippery ist. Aber natürlich... Es ist abgegangen. Nein! Es ist abgegangen. Komm her. Also hinten einfach, das hat sich gelöst. Oh mein Gott, es ist wirklich komplett ab. Aber egal, Alex willst du es trotzdem noch versuchen? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist wirklich schwer mit diesem Roller. Weil er halt erstens ist es nicht sein Roller. Er weiß nicht, wie man damit für Sixie die Nose-Media machen soll. Das ist sehr schwer. Und dann noch die Script-Seite dazu. Boah, ich weiß nicht. Aber ich glaub, Alex kriegt das hin. Wie geht das? Wie geht das? Alter, ey. Er hat fast mit dem Hinterwheel die Letche hier berührt. Ey, ich schreck das nicht. Das Ding ist, du musst richtig so sein. Oh mein Gott. So nach vorne. Das ist ekelhaft. Ey, der war was crazy. Aber ich übergebe dir auf jeden Fall den kaputt. Ja, danke schön, dass du ihn kaputt gemacht hast. Aber egal. Es ist natürlich ja so, dass es nach einer bestimmten Zeit einfach kaputt geht. Ich weiß nicht, ob damit jetzt wirklich für Sixie-Whip-Bar geht. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen unfair. Weil für dich ist es jetzt viel schwerer, den Trick zu machen, als für Alex. Egal. Wenn nicht, mach ich ihn einfach chillig. Fly out, dann muss ich nicht so übertrieben einen Whip machen. Und dann fliegt das Whip-Tag nicht hoch. Ja, deswegen. Machen wir. Oh Gott. Mein rutscht ja so weg. Ich bin so weggehutscht, man. Weil das Ding ist jetzt einfach, dadurch, dass es hinten einfach lose ist, das rutscht jetzt also hinten so hin und her. Das ist gruselig, aber nicht unmöglich. Der Whip? Der Whip haben wir schon mal. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Basspin auf jeden Fall dahinter noch geht. Irgendwie konnte ich den Basspin nicht drehen. Ich weiß nicht, was da los war. Aber das Script-Tape sieht auch jetzt nicht so gut aus, oder? Nein. Egal, wir können es wieder so hinlegen. Oh Gott, Alter. Was? Das ist ja schwer. Aber ich hätte auch Bock, den auch nochmal mitzunehmen. Versuch mal gleich. Aber erst mal mache ich ihn, aber es ist wirklich so schwer. Einfach auf dem Deckel zu bleiben. Oh, nein. Es ist kaputt. Es ist überall gerissen. Versuch nochmal. Vielleicht geht das ja. Wir richten das. Es ist wie neu. Wie neu. Das Script-Tape ist jetzt wirklich kaputt. Alex wollte aber jetzt nochmal einen Free-Six-Rubar versuchen. Mal gucken, ob das geht. Und den Seemandsköpfer. Geil, Alter. Ich glaube, damit sollten wir das Video auf jeden Fall werden. Auf jeden Fall. Ey, es war auf jeden Fall mega nice. Alex, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, euch das Video trotzdem gefallen, wenn ja. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Nein? Checkt die Kurs ab. Peace, Leute. Ich hoffe, Leute.